Music is my best friend Am Freitag am 20. Startet ja sicherlich, wie ihr alle wisst, X-Battle 3 Dazu zählt, zu X-Battle 3, dass ich ja mit meinem Teampartner Mars HQ teame Allerdings gibt es da ein Problem, Leute Und zwar, dass er ist im Urlaub oder irgendwo ist er ab dem Freitag in den Urlaub bis Sonntagnachmittag Beziehungsweise abends Sonntags konnten wir aufnehmen, aber halt nicht an diesem Freitag, wo die erste Aufnahme ist Da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, dass ich die erste Folge mit einem anderen aufnehmen werde Mit Mars Account dann Mit einem anderen mit Mars Account aufnehmen werde Der wird ich, keine Ahnung, ich frage mal einen irgendwie Kommt drauf an, Levimod oder sonstige Muss ich halt mal fragen, wer so in meinem Team da Interesse dran hätte, auch gut in PvP ist Weil ich wollte nämlich nicht, dass der dann in der ersten Folge stirbt, beziehungsweise ich Und ja, und dann ab Sonntag wird dann die zweite Folge sein Werden wir dann wieder richtig zunahmenspielen Ähm, es tut Zowit echt dafür, aber Mars hat halt echt, momentan ist im Urlaub und sowas Und deswegen kann er leider nicht machen Die erste Folge, ähm, es tut ihm auch echt sehr leid Aber ja, wir haben gut nachher eine Lösung gefunden Gut, dass ich mir keinen komplett neuen Teampartner suchen muss Suchen Werde Dann, ähm, noch eine Sache zu Ihr habt bestimmt gemerkt, warum kein X-Battle-Training kam oder sonstiges Das liegt einfach grundsätzlich daran, ich hatte echt wenig Zeit momentan in letzter Zeit Und vor allen Dingen habe ich die Runde teilweise echt hart abgefuckt Dass ich einfach nur noch dasselbe gemacht habe und es wird auch für euch dann langweilig werden Sprich, wir werden das jetzt so handhaben Morgen, beziehungsweise entweder am Dienstag oder am Mittwoch Kommt eine Folge Ähm, X-Battle-Training online Dies wird dann zugleich die letzte sein Und dann wird das nächste Video erst wieder Am Montag online kommen Zu dem richtigen X-Battle Und der X-Battle-Start Wird bestimmt cool werden Ich werde euch da natürlich nicht vorher spoilern Irgendwie oder sonstiges machen Ob wir gestorben sind oder nicht Es wird auf jeden Fall mega nice werden Und ich freue mich auf jeden Fall schon echt mega Am Freitag ist ja, wie gesagt, die erste Aufnahme Und Aufnahmezeit ist jetzt Ja, und dann sind wir uns eigentlich theoretisch schon wieder bei X-Battle Das heißt, noch ein Video kommt vor X-Battle Ein Trainingsvideo Und dann startet X-Battle jeden Tag Wir müssen noch eine Zeit einlegen Sonntag, Montag wird das um 12 Uhr online kommen Und dann laden wir die wahrscheinlich immer jeweils um 18 Uhr hoch die Folgen Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie die Uhrzeit besser ist Andererseits findet dann auch das Gewinnspiel statt Also abonniert, beziehungsweise abonniert fleißig Liked fleißig und kommentiert fleißig Damit ihr am Gewinnspiel auch noch teilnehmen müsst Das Video ist dazu noch in der Videobeschreibung, denke ich mal, verlinkt Und ja, dann würde ich einfach mal sagen War es das prinzipiell von so grundlegenden X-Battle-Themen Weil ich habe natürlich noch was Und zwar bis Freitag wird auch mein neuer PC zusammengebaut sein Das ist ja grundsätzlich dann klar Das bis Freitag dann mein PC zusammengebaut sein wird Und ja, dann habe ich den auch gut zusammengebaut Und dann wird das auch mega geile Schnüttchen Und ja Unser Minecraft-Server kommt auch diese Woche, Mitte der Woche online Bis Ende der Woche Und da suchen wir natürlich neue Bewerbungen Also gibt einfach webmc.de ein Als Suchbegriff Und dann kommt ihr direkt auf eine Teamspeak, auf eine Minecraft-Server Oder allerdings auf unsere Webseite Wenn ihr die Webseite davon halt eingibt Und ja, ist auf jeden Fall schon recht knieke Und Yo Dann hatte ich glaube ich noch ein Thema anzusprechen Das genau, ach ja, genau, genau, genau Und zwar ich brauche dringend einen Designer Der für mich die X-Battle-Thumbnails machen kann Weil ich habe da echt noch keine Thumbnails Und ich brauche dringend einen Wer mich, wer Designt, schreibt mich einfach mal gerne an Der gut designt Die müssen echt eine Bombe aussehen Richtig gut aussehen Wer gut designt kann Schreibt mich gerne an Macht mir mal eine Vorlage vom X-Battle-3-Design Wo Hashtag-Map-Set in Begriffen sein muss Und mein Skin drauf sein muss Und Dann gucken wir mal, wie das so wird Das ist auch noch ein wichtiges Thema Dann anzusprechen Was ich dann anzusprechen hatte Und Ja Prinzipiell War es das erstmal mit den Infos gewesen Viel Spaß jetzt noch mit der restlichen Runde Twyjump Mit dem PvP-Teil Dann gleich von Twyjump Und wir sehen uns dann wieder am Oder hat auch schon das Ziel erreicht Der gute Boy Wir sehen uns dann wieder am Montag Zu einem neuen Ja, wenn ihr Video online kommt Am Montag Und dann natürlich am Dienstag oder am Mittwoch Zu der letzten Folge X-Battle-Training Und natürlich dann Zum heißgeliebten X-Bet Und außerdem Hätte ich es schon fast vergessen Natürlich Ein neues Intro wurde für mich erstellt Da kam auch gestern schon ein Video zu Online Und zwar ja Von dem Intro-Ersteller Schaut auf jeden Fall mal vorbei Ihr Link ist ganz oben in der Videobeschreibung Wirklich ganz oben Es ist mega korrekt von ihm Es ist so geil geworden Mega viel Arbeitsteck da drin Checkt ihr auf jeden Fall mal ab Leute Danke, danke, danke An dich nochmal Und Jo Dann würde ich sagen War es dann für dieses Video Wenn ihr es gefällt Dann lasst noch um Da Haus dran Bis zum nächsten Mal Und ciao Leute Ciao, ciao